Und diese Kurve hier noch und dann müssen wir wohl nach Panten reinkommen. Ziemlich, ja doch nicht. So das denn, ey. Ach da, links rum. Moment, links rum. Genau, links rum. Schauen wir uns mal Panten an. Da wollen uns rammen, der Junge. Hier, schönes Bauernhaus. Panten am 2.9.2012. Wir betrachten auch hier den Grad der Verkommenheit. Wir werten das immer auf der nach oben offenen Skala der Verkommenheit. Und wie ist das hier? Wie sieht es hier aus in Panten? Da fahren wir nicht so häufig durch, deswegen machen wir es gründlich diesmal. Alles anschauen hier. Ja, ich denke das war es jetzt schon. Also, gute Bewertung für Panten. Kein Elend, keine Unruhe. Alles klar. Und Tschüss. Alles klar. Ich denke, ich bin. Sollte auf das Besson des St. Ich denke, wir müssen damit die Flügel hierher für ein paar Minuten. Ich denke, wir müssen die Flügel hierher mal verursachen. Ich denke, wir können die Flügel hier noch nicht, wir müssen.